hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen video von mir und zwar diesmal wieder aus der challenge zusammen mit dem lieben äh justin ja in der letzten folge haben wir ja schon angeschnitten was wir heute machen und zwar die silo vernichten da von meinen kollegen und ja ich glaube dass das wachstum schnell glaube ich weiß ich nicht meine wiese wächst schon wieder nach und wir haben gesagt leute schreibt am besten meine kommentare nach dem chat ob wir pflanzen wachstum auf schnell lassen sollen oder auf langsam auf normal meine ich aber ja hier auch bruder muss los wir haben gesagt letztes mal gesagt wir werden auch immer besuchen gegenseitig und die pinkrott jetzt dabei von mir auszurechnen mit google maps wie lange ich war oder muss los ich sag's euch soweit macht viele morgen wie ich wo man aus ist so bei euch heißt es nicht mehr morgen bei mir ist aber gerade morgen samsung das hier freitag ist sogar mal ich sag mal wie long du schätzt wobei wo bist du im österreich ja dann sind es 9 bis 600 kilometer soll ich sagen 900 kilometer eigentlich weil wir fahren nach österreich immer zum führerlaub deswegen wohin genau da fragst mich was alter wo kann ich nicht sagen ja und zwar wie die sieben stunden 55 minuten fahren das wären 800 kilometer ja geil aller fahr mal schnell hin kein ding ich kann natürlich weiter aufnehmen hier mache ich bin dann morgen um 8 9 bei dir vormittag wenn ich jetzt los war eine stunde vorm livestream zehnmal fange ich an dann mache ich mit ihr und ja jetzt haben wir eben schaut wie lange wir brauchen wenn wir uns gegenseitig besuchen würden und ja das war halt schon zu krass wenn nächsten Doktor und erlauben gesteckt auch sie nämlich morgen nicht im sieben sie die den im stream hier wollen die schön sowieso viel mehr kannst du ihn er natürlich nicht hier als uns gehen in der Welt was hat man eigentlich dass er nur geschrieben gar nichts doch dann einen finden bei 38 in der folge oder in der nächsten folge immer unter in cellu kommen wir können wir beide unter servus kurze frage ach okay hat sich schon erledigt glaube ich hat sich schon erledigt ich komme doch nicht an 38 der meiste weiß als er momen ah ja ich sehe sie haben mein tipp befolgt hier den ich gesagt habe kommen mal her warum werden da schon wieder werden dass sie schon wieder asphaltierte ganz ehrlich was in die tucht am london hat der tag der stelle wäre das hier asphaltiert wer das asphaltiert frage ich aber das hat das herum gespackt und da ging das an manchen stellen nach der gris hier direkt seine seite vielleicht warten wir mal bis das hellu hier erklärt habe ich habe nochmals anschecken muss was ist da mit dem traktor los was ist mit was ist mit dem traktor da los er hat ein komischen sound noch gibt es nicht so moin heute ja wohl noch mal kurz ich muss mich mal kurz ein bisschen leiser machen hoi 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 haus mir die ganze ohrmochel hier weg so jetzt heute mal wieder zu einer challenge und zwar ansehen für uns ne macht gerne auch wenn naja nicht mal ey natürlich drei meter nah für euch weil die hohe ja natürlich leider gab es nicht ne ne die ältere in den wirklich verarschen aber ne schön schön und wir sehen was sehen wir noch an wir sehen Weizen an ich hoffe das ist überall drin ja es ist überall drin ein mal frei sind ja auch ganz neue schlepper habe ich noch nie gesehen ja das sind fresh fresh ok auf jeden Fall wird es eine Zeitvorgabe geben oh ne Zeit das ist top was denn für eine in einer bestimmten Zeit äh hier wer ja meistens ansehen ja welche ist es und da werden wir 5 Minuten machen falls was 5 Minuten wie ich das Ding hier aber dreimal angesehen alter falls es in unentschieden werden sollte äh gäbe es dann nochmal eine Minute länger ok oh wie eine Minute länger dann wird nochmal eine Minute länger gefahren ja aber was wenn wir beide in der Zeit äh das Gummelfeld angezählt bekommen haben dann das ist so da geht es aufs nächste das da geht es aufs nächste t der so vom neuen ohne wehrt an so weit wegs ist ja auch so weit Können wir den Motor anmachen Dürfen wir die Sehmaschine auch schon anmachen oder nicht? Sag, wenn es los geht Ja, dürfen wir die Sehmaschine schon anmachen oder nicht? So Jo, bereit Sehmaschine an? Jo Jo Seid ihr bereit? Jo Jo 3 2 1 Go Wann seid ihr bitte los? Ziemlich konstant Ja, irgendwie... Könnt ihr Chrissi? Da ist der Chrissi ein bisschen weiter vorne Ja, ein kleines Stückchen ganz entscheidend, das sag ich eigentlich gefühlt nicht jener Challenge ist die Wendung hier einfach Jo Jo, aber nicht Aber es geht natürlich auch um die Schönheit hier Alter, wir hätten das hier asphaltiert werden Ja, das denk ich mal Können wir gerade machen oder was hier, Alter? Jo Auf der einen Seite steh ich an und bei der anderen nicht, was so was Jürgen, der hat auch gesoffen beim asphaltieren, so einer, was denn? Ja, mit Vodka gab es Aber muss auch ordentlich angesehen werden, oder? Es geht auch um die Schönheit Ja, klar Ja, da ist der Chrissi nämlich wieder scheiße dran Hehehe Ne, natürlich ist ein Spaß Bis jetzt ist immer noch Chrissi im Vorsprung Hm Ah, ich hab auch schon mit Wie sieht's mit der Wendung aussehen Ja, alles Profil nimmt die Variante Ja, die ist besser Und da ist er auch schon wieder fort Und das sind sie alle beide Die ist viel, 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 viel besser die Sache, die ich hier mache Aber jeder hat seine Taktik hier Ich weiß aber, dass man den Chrissi nicht unterschätzen darf Aber da ist der Chrissi auch schon den ganzen Traktor weiter vorne Ich war, ich frag mich aber auch ehrlich, Junge, wie Digga, was hat denn der für'n Wendekreis, dass er so schnell wendet, Alter? Das frage ich mich ja ehrlich Was macht der denn, dass er so schnell wendet? Das war ganz ehrlich Unnormal Unnormal Und Chrissi ist schon da wieder vorne Und es ist nur noch drei Minuten Drei Minuten? Was? Die zwei oben? Joa, was ist denn das, Alter? Ja Und da ist Chrissi am Wendner Wo er das Profi noch Und da ist der Chrissi schon gewohnt Mach doch runter, die Scheiße, ey Und da hat er das Profi leichte Probleme Beim Umlenken Beim Knopf finden, wo die Sähmaschine wohnen kann, ich Hat er seit Chrissi nicht eingestellt Scheiße, ey Und da sieht Ob dieser Vorsprung immer aufzuholen ist Das ist die Frage Chrissi ist mindestens schon drei Taktoren vor dir Alles Profi Ja, gut, dass du mich ermutigst Das geht's nicht, Alter Das ist die Perfektische Das ist die Perfektische Das ist die Perfektische Und das ist das Und nächstes Mal lässt Alice Profi gleich Die Drille unten Er hat sich gedacht, bevor er wieder den Knopf bindet Dann hast man das gleich Dann wäre ich hier eskaliert, Alter Sag ich dir, dann hätte ich da drüben den Traktor umgeschmissen Genau Dann lässt sich mal schon in den deutlichen Vorsprung Für sie ein Fehler ist genauso wie beim beim Flügen ey da war der Griesi auch scheiße bei der einen Aktion und das ist es bei mir zum Verhängnis geworden ey pssst Felix und die letzte Minute geht los was ey Felix ey er ist Profi du kriegst 500 Euro wenn du jetzt den Baum vor die Schnauze nimmst hihihi komm schmeiß ich den Baum davor ey ja schon Chris ist auch ganz ohne Konzentration er sagt dir kein Wort ja der Chris ist ein Junge ein kleines Profi hier wie ein Buch labert ja alter ich versuche das zur Abhängung zu nehmen aber irgendwie funktioniert das hier nicht und da ist er natürlich schon wieder auf dem Rückweg nach hinten aber es geht ja darum wer am meisten angestellt hat das heißt hier für das Vorgewende nur mitgenommen das ist gut ich bin mir echt gespannt auf den Preis eh wenn man jetzt im Traktor bekommt dann es kann ich hier aber komplett alter komm ey bitte ich will doch nur die und stopp klar an die Stelle anhalten wo läuft es aus einmal frei und da guck ich mal wer jetzt hier denn am meisten oh das ist schwierig das ist schwierig abzuschätzen muss ich sagen ehrlich das ist wirklich sehr schwierig weil er das ja weil die so schweißer angesehen haben das ist richtig wobei ach nee das kann man übel schwer einschätzen muss ich sagen also da bin ich mal echt hätte ich mal anders gesehen aber es wird dann schwierig man im Mello ich würde sogar sagen dass das Ball schon gleich viel ist muss ich ehrlich sagen Ufi hat mehr Chatter müsst ihr auch aufpassen hier ja es ist wirklich sehr schwierig wie der Herr das Profi schon sagt weil wenn man die Ahnungwand und seine Vorgewende da zusammensetzt dann sind sie ziemlich gleich habe ich nämlich auch das Gefühl obwohl natürlich jetzt der Chrissy nämlich schon auf Hinterzug ist Wahnsinn ja das ist das Ding wobei ich das eine ich gebe zwar nicht gerne zu aber ich glaube dadurch dass er einen kleinen Vorsprung hat er technisch ein Stückchen mehr ich gebe es mal nicht gerne zu aber ich glaube oh man kann das auch nicht ich kann das gegruberte ja mal weg machen es ist schwer einzuschätzen ja also hiermit habe ich jetzt entschieden weil es jeden Fall mehr ist ich gebe zwar unkehren zu aber der Chrissy gewonnen danke danke ich verbeug mich bei euch Herzlichen Glückwunsch ich gebe zwar unkehren zu aber hat leider ein bisschen mehr danke Herr Kollege zum zweiten Platz oh scheiße hätte ich den einen Fehler mit der C-Maschine gemacht ey wollt ihr auch noch was aus dem Preis haben oder ja bitte natürlich immer wieder gerne oder wollt ihr sparen oder wollt ihr sparen oder was ne ich will ist mir egal ich will einfach nur einen Preis okay mein Beileid alles gut ich habe jetzt einmal gewonnen haben wir einmal gleich dann jetzt hat Chrissy gewonnen wartet doch einmal kurz weil dann machen wir die Preisvergabe in der nächsten Folge würde ich sagen oder ja ja damit es aber richtig spannend wird mir gelegt sorry oh man ich will auf den Weg mehr gehen sorry Leute ja schaut zur nächsten Folge vorbei da wird es spannend da kriegen wir unseren Preis und dann würde ich sagen bis dahin machts gut ciao 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 ciao